Willkommen bei Klartext Vermögen. Unser Thema heute die Immobilie als Altersvorsorge. Bei mir ist Jasmin Demand, Immobilienexpertin der von Buddenbrock Unternehmensgruppe. Jasmin, was ist denn die Grundvoraussetzung, dass ich mir über die Immobilie als Altersvorsorge Gedanken machen sollte? Ich sollte auf der einen Seite ein relativ planbares Einkommen haben, also jetzt nicht noch auf Probezeit irgendwo angestellt sein, sondern halt zumindest vom Einkommen her so eine Situation mitbringen, dass ich auch eine Immobilienfinanzierung entspannt bei einer Bank durchbekomme. Ich sollte so rund 20.000, 25.000 Euro an Eigenkapital auf der hohen Kante haben, die ich auch für nichts anderes brauche, also die ich rein für die Immobilie investieren kann, darüber hinaus natürlich noch weitere Liquidität angespart haben, wenn jetzt morgen die Waschmaschine kaputt geht, dass ich da einfach vernünftig aufgestellt bin. Was unterscheidet denn ein Eigenheim zu einer Immobilie als Altersvorsorge? Die Frage kommt tatsächlich sehr häufig, weil viele glauben, wenn sie jetzt eine eigene genutzte Immobilie heute erwerben, zum Beispiel das freistehende Einfamilienhaus, auf das man schon lange hingespart hat, wenn man das bis zum Rentenbeginn abbezahlt hat, dass man ja dann auch einen Baustein für seine Altersvorsorge hat. Die Realität ist aber, dass ich natürlich dann, wenn ich da weiter drin wohnen bleibe, auf relativ viel Quadratmeter wohne, weil die Kinder sind aus dem Haus, ich brauche wahrscheinlich auch kein Arbeitszimmer mehr. Das heißt, im Rentenalter bewohne ich relativ viel Quadratmeter. Thema Nebenkosten, auch gerade natürlich ein wichtiger Punkt, das heißt, ich habe auf jeden Fall höhere laufende Nebenkosten. Und selbst wenn ich jetzt heute noch oder heute eine neu gebaute Immobilie kaufe und in 30 Jahren in Rente gehe, dann ist die Immobilie in 30 Jahren halt auch 30 Jahre alt. Das heißt, ich muss auf jeden Fall für das Dach, für die Heizung, für die Wärmedämmung, was auch immer da noch an Vorschriften kommen, entsprechend auch weiter Instandhaltungsrücklagen berechnen. Das heißt, die Immobilie kostet mich in der Rente trotzdem weiter Geld. Also deswegen habe ich da immer so ein, ja nicht Problem, aber deswegen gebe ich immer zu bedenken, ist das denn jetzt wirklich ein reiner Baustein für die Altersvorsorge oder sind halt die Nebenkosten, die damit verbunden sind, auch entsprechend hoch? Bei einer reinen Kapitalanlageimmobilie, die ich entsprechend vermiete und die ich dann zu Rentenbeginn abbezahlt habe, da bekomme ich ja die monatliche Miete des Mieters, habe also einen zusätzlichen Baustein für die Altersvorsorge, kann die Miete so lange generieren, wie ich das möchte, habe aber immer den vollen Immobilienwert noch auf der Seite. Das heißt, ich kann auch mit 85 auf einmal sagen, so jetzt gehe ich in ein betreutes Wohnen, jetzt verkaufe ich die Kapitalanlageimmobilie und habe halt einmalig Geld zur Verfügung. Kannst du einmal den Unterschied zwischen Ansparen und Absparen samt den positiven Effekten erklären? Ja, also beim Ansparen, das ist ja häufig zum Beispiel bei einer Rentenversicherung so. Da fange ich jetzt heute an, ich mache mal wieder das Beispiel, ich habe noch 30 Jahre bis zur Rente, ich fange jetzt heute mit 100 Euro monatlich an und spare in eine fondsgebundene Rentenversicherung. Jetzt habe ich da im ersten Monat 100 Euro drin und nach einem Jahr 1200 Euro, um jetzt wirklich mal nach Adam Riese das hochzurechnen und jetzt habe ich eine ganz tolle Wertentwicklung von, ich sage jetzt mal 10 Prozent geschafft. Dann habe ich aber in realen Zuwächsen 1200 Euro, dann 10 Prozent, 120 Euro geschaffen. Das heißt, es dauert halt relativ lange durch das Ansparen, einen so großen Kapitalstock angespart zu haben, bis dann auch mal eine Rendite in realen Euro wirklich nennenswert ist. Bei einer Kapitalanlageimmobilie, selbst wenn ich da jetzt zu 1 zu 1 in der gleichen Höhe eine Finanzierung daneben habe, wenn ich jetzt heute für 250.000 Euro eine Eigentumswohnung kaufe und habe ja aber den Gegenwert von 250 Euro direkt bei mir auf der Haben-Seite und habe dann zum Beispiel nur 1 Prozent Wertentwicklung, dann habe ich aber schon mal direkt 2.500 Euro Vermögenszuwachs, egal ob da jetzt noch ein Darlehen daneben steht oder nicht. Das heißt, wenn ich auch da bereit bin, 100 Euro im Monat zusätzlich zu investieren, also zusätzlich zu der Miete und ein bisschen Steuervorteil und ich setze jetzt 100 Euro im Monat ein, über 30 Jahre, um meine Immobilie entsprechend zu entschulden, dann habe ich aber das Ganze abgespart und habe aber den Zuwachs oder die Rendite auf ein viel höheres Gesamtkapital, als wenn ich über das Ansparen beginne, erstmal diesen Kapitalstock langsam aufbauen zu müssen. Jasmin, was würdest du sagen, für wen taugt denn die Immobilie als Altersvorsorge gar nichts? Für diejenigen, die noch nicht so wirklich einen planbaren Job haben, die vielleicht noch befristet angestellt sind, für diejenigen, die noch kein Eigenkapital angespart haben, also die natürlich erstmal ihren Grundstock für die Rücklage brauchen und darüber hinaus das Eigenkapital für eine Immobilie noch brauchen und für diejenigen, die, selbst wenn wir die Finanzierung entsprechend dargestellt bekommen, die aber dann nicht so viel freie monatliche Liquidität haben, dass sie vielleicht im Zweifel, wenn meine Miete für ein, zwei Monate ausfällt, das nicht noch zusätzlich tragen können. Also ich brauche schon eine planbare Jobkonstellation und entsprechend das Eigenkapital. Wo siehst du denn die Risiken bei einer solchen Geldanlage? Das Risiko sehe ich vor allem, wenn man eine Immobilie erwirbt oder eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus, wenn das Haus schon relativ alt ist. Also es ist vielleicht aus den 50er Jahren. Ich habe das Gefühl, dass die Wohnung jetzt gerade vielleicht ganz günstig zu erwerben ist, aber da ist eventuell noch eine alte Ölheizung drin, das Dach ist noch aus dem Baujahr. Also ich habe noch horrende Nachinvestitionen zu tätigen, die ich überhaupt nicht planen kann. Deswegen, das ist immer der Punkt, von dem ich so ein Stück weit abrate, dass man einfach irgendeine Immobilie kauft und sagt, ich vermiete die und dann ist es für mich eine Kapitalanlage, sondern dass man entweder auf das Thema Neubau geht und aktuelle KfW-Standards, also wirklich eine zukunftsfähige Immobilie, kauft oder in Bestandsimmobilien investiert, wo aber in irgendeiner Art und Weise ein Sanierungsplan dahinter ist. Also wo ich durch gezielte Sanierungen, die eventuell auch schon durchgeführt wurden, die Immobilie, egal aus welchem Baujahr, wieder zukunftsfähig gemacht habe. Und zum Schluss, was würdest du sagen, wo liegen die Vorteile gegenüber einer Versicherung oder einem Investmentsparplan? Bei einer Rentenversicherung habe ich die Situation, da habe ich bis zu Rentenbeginn Summe X angespart und auf dieser Summe wird berechnet, wie hoch ist jetzt meine monatliche Rente, die ich bekomme. Um das jetzt vergleichbar mit einer Immobilie machen zu können, brauche ich ja eine Police, die ich theoretisch mir auch hätte einmalig auszahlen lassen kann. Wenn ich jetzt zehn Jahre lang die Rente bekommen habe und dann aus irgendeinem Grund sage, jetzt brauche ich aber das einmalige Kapital, dann geht eine Rentenversicherung hin und zieht von dem Kapital, was ich angespart habe, die Renten ab, die ich bereits bekommen habe. Und ich bekomme halt relativ wenig oder zumindest weniger Kapital ausgezahlt. Bei einer Immobilie habe ich den Vorteil, da habe ich immer den vollen Gegenwert. Das heißt, das ist völlig egal, wie lange ich da jetzt die Miete generiert habe und zu welchem Zeitpunkt ich mich dann doch entschließe, die Immobilie zu verkaufen. Ich habe den Gegenwert und wahrscheinlich sogar auch noch die Wertsteigerung, die währenddessen stattgefunden hat. Das heißt, ich habe immer das volle Kapital und es kommt nicht zum Kapitalverzehr wie bei einer Rentenversicherung. Bei einem Investment-Sparplan muss ich quasi selber festlegen, wie alt möchte ich denn werden. Wenn ich da Summe X zu Rentenbeginn zur Verfügung habe und rechne mir dann aus, was nehme ich denn jetzt als monatliche Auszahlung aus diesem Kapital heraus, muss ich ja vorher festlegen, soll es bis 80 reichen, soll es bis 90 reichen. Das heißt, ich weiß ja noch nicht so richtig, wie alt ich werde. Also deswegen, da sehe ich das Thema Planbarkeit und kein Kapitalverzehr als Riesenvorteil der Immobilie. Jasmin, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank für eure Zeit. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und ihr hinterlasst uns einen Daumen nach oben. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal, wenn ihr weitere spannende Videos zum Thema Vermögen sehen wollt. Fragen zu diesem Video könnt ihr einfach unten in die Kommentare schreiben oder ihr kontaktiert uns direkt. Weitere nützliche Videos findet ihr hier. Und wir hoffen, wir sehen euch bald wieder auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.